So, ich grüße mal wieder meine liebe Chaotentruppe. Ich habe ja gestern noch ein Video rausgehauen, heute will ich auch noch mal eins machen. Heute ist natürlich Silvester. Ja, somit wünsche ich euch schon mal, falls das heute noch sehen wird, einen guten guten Tag. Ansonsten, wenn das morgen erst seht, wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Wir haben ja gestern damit aufgehört, mit der Questreihe, wo wir jetzt die Tiere wegmachen müssen. Ja, Bogen haben wir uns schon gebastelt, Federn müssen wir uns jetzt noch besorgen oder habe ich mir gleich besorgt und werde denn bald zu weit bin, da anmachen und euch zeigen, wo noch Bären stehen. Ich habe ja gestern schon gesagt, die Hirsche und so werde ich schon vorher wegmachen, sonst geht wieder zu viel Zeit drauf für dieses Video an sich. Ja, werde ich jetzt auch gleich erledigen, bevor ich denn weitermache hier. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir die nächste Quest so schnell wie möglich erledigt kriegen. Das ist ja eigentlich bloß Tiere, ja und das war's. Gleich hören wir noch den einen oder anderen Dorfbewohner, vielleicht bauen wir uns aber auch erstmal noch ein, zwei Gebäude hin oder so. Das wird spontan entschieden, das mache ich jetzt noch nicht. Ja, was wir denn auch noch bald in Arbeit nehmen, in nächster Zukunft ist die Grabungsstelle. Ja, dass wir Steine unendlich viel kriegen. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das Ding kam, aber ich sage es mal so, ich versuche mehr oder weniger darauf hinzuarbeiten. Ja, ich mache ja immer, bevor die Videos kommen, reite ich ja eigentlich immer noch so gut wie fast alles vor, Holz, ein bisschen Nahrung, etc. Das wird auch natürlich weiter so bleiben, weil wir wollen ja eigentlich hier nur das zeigen, was wichtig ist. Darum nicht viel Gerede mehr, ihr wisst auch, was auf uns jetzt zukommt. Jagd noch auf den Bär und ein, zwei Gebäude noch bauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Wenn euch das Video gefällt, natürlich Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefällt, Daumen nach unten. Aber bitte auch mit einem Kommentar dazu, dass ich weiß, was ich verkehrt gemacht habe. So kann ich ja auch die ganzen Let's Plays und so verbessern. Und dann viel Spaß gleich beim Schauen. Ah, so und da sind wir auch schon. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt auch einfach noch den Weg, den ich mache, diese Aufgabe zu erledigen. Wir sind auf der Karte hier. Ich habe ja gestern, vorgestern, weiß nicht mal wann, schon gesagt, hier oben ist die Hütte, wo wir mit dem Unigott, das würden wir mit dem Unigott hingelaufen sind, was sie gemacht haben. Ja, und jetzt sind wir hier am Jagen. Einmal für die Wölfe, sehr klar. Die Bisons, auch klar. Und die Rehe. Ich habe jetzt hier sechs Rehe gekriegt. Die Wölfe, da sollten wir drei, da haben wir sogar fünf oder so was von Fertig gemacht. Und wie sonst gibt es hier auch die zwei, die wir sind hier genannt. So, jetzt brauchen wir insgesamt noch vier Hirsche. Also ob ihr da einen Hirsch nehmt oder eine Hirschkuh nehmt, keine Scheiße, ja. Ja, da ist das Spiel schön fair, da sagen sie, nee, braucht nicht darauf achten, ob die Geweih oder keinen Geweih haben. Die könnt ihr alle nehmen. So, wir laufen dann jetzt auch, aber eine Sache hat mich eben gerade verwundert, beim Management, nee, wir sind zu zweit. Aber wieso haben wir zwei Jäger? Achso, ja. Ja, zwei Frauen. Herzlichen. Hat uns so ein bisschen so, hä? Nur eine auf der Karte an der Zeit? Dabei haben wir noch ein paar. Positiver Vorteil davon ist jetzt auch noch eine Sache. Ja, und zwar, wir haben ja gesagt, wir brauchen Fleisch für die Ernährung, ja, von unseren Leuten. Das haben wir jetzt hiermit auch schon gemacht. Und ein bisschen was, da haben wir halt noch die Jäger mit dazu, die beide arbeiten sehr gut. Ja, du als Spieler oder ihr als Spieler arbeiten natürlich besser, effizienter, schneller. Aber, das ist jetzt kein Problem, da wir, ja, jetzt 49er da drin haben, 49er machen wir jetzt noch zur Vorratskiste mit dazu. Den können wir nämlich eigentlich rein theoretisch auch sagen, wir bauen uns eine Taverne, Taverne Nummer 1, so ein bisschen mittig hin. Und setzen da statt einer Jägerin, also nehmen wir eine von den Jägern weg, zwei Mädels, ja, welche sich halt auch am besten eignet fürs Crafting. Und setzen die halt in die Taverne rein, so dass wir dann halt noch ein bisschen, ja, das ist halt das Fleisch abdrehen. Ansonsten, sobald wir Salz haben, setzen wir die eine Jägerin, falls wir bis dato schon noch einen Dorfbewohner mit dazu haben, setzen wir die nochmal in der Jägerhütte rein und machen mit Salzfleisch. Das könnt ihr nämlich so verputzen, ohne dass ihr in irgendeiner Form Vergiftung kriegt oder sonst irgendwas. Und bringt es übel, ja, auch mehr Nahrung wieder. Ich glaube, gebratenes Fleisch sind wir bei 6 und bei salziges Fleisch sind wir bei 7. Ja, es ist nur ein Punkt unterschiedlich, ich weiß, aber auch ein Punkt kann halt den Braten fett machen. Fett auffacken. So. Laufen hier weiter, laufen weiter, laufen an unserem Dorf vorbei. Nehmen wir jetzt zwei Sachen in Anspruch. Also ich zeige euch A, wo die Bären gibt. Dazu gibt es da natürlich auch noch Höhle. Eine Höhle, ja. Und, ähm, ja, dann wisst ihr auch gleich, wenn ihr denn soweit seid und hier die Spitzacke habt, wo ihr denn hin könnt. Das Baumenü, das hat sich irgendwie ein bisschen geändert, ja, können wir auch nochmal zusammen gucken. Und zwar, äh, gibt es jetzt so eine Art kleine Zwischenschritte, die man machen kann, ja. Erstmal, äh, um Eisen zu haben, muss ich gleich auch mit dazu sagen, brauchen wir die, äh, Bütte Nummer 2 davon. Mein Dach sieht immer noch scheiße aus, also definitiv brauchen wir die nicht mehr machen, wenn nicht die Materialien dafür. Ja, ähm, das hat sich ein bisschen geändert, worauf ich erstmal hinaus wollte. Und zwar, kann man jetzt hier wohl noch andere Werkzeuge herstellen, ja. Steinsichel. Das ist alles nur für Dings. Ja, seitdem ich die bin, kann ich ja alles erklären, ja. Bissere Hacke und so, aber nee, die Spitzhacke, die muss wohl Wesen sein. Wie geht denn er dahinter rum? Ach, der Spannert bei den Frauen bestimmt. Also, das hier ist nämlich eine seine Hütter. Werke. Gibt's ja nicht. Gibt's schon Mittelalter Spannerei. So, laufen, weiter, laufen. Weiter, laufen. Ja, so ein bisschen Mapkenntnis haben wir ja mittlerweile uns schon erarbeitet, weil wir sind die Wege, die, den Weg, den ich jetzt laufe, sind wir ja auch schon zusammen ein paar Mal laufen. Ich alleine natürlich auch schon ein paar Mal, ja. Das ist top. Wenn wir übrigens nach vorne an den Bächleinen sind, werden wir auch mal uns so ein bisschen Wasser zu tun. Ja, oder das war nicht, denn das ist hier ziemlich wichtig, auch beim Bär. Ja, ich habe nebenbei schon die Blätter gesammelt, diese viereckigen Dinger da. Die heißen, und zwar aus dem Grund, dass wir dann es doch nebenbei heilen können, weil Rehe und sowas, die halten Wölfe, die halten jetzt extrem viel aus. Ich denke mal, das wird bei den Bären auch so sein, dass die... erstes Rehe haben wir weiter. Die drei brauchen wir denn jetzt noch, die machen wir auch noch schnell zusammen. Weil hier eigentlich auch in Anständen Anzahl, das war halt wirklich nicht fertig. Warten jetzt, bis der den Kopf hoch macht, und dann wird er gleich schon in den Nacken kommen. Komm, mach noch mal so. Perfektor. Wenn ihr übrigens schnell seid, mit dem Schießen, wirklich richtig schön schnell, dann könnt ihr auch nicht weglaufen. Aber dann müsst ihr halt wirklich nach Land schießen, nach Land schießen, nach Land schießen. Das ist in einem witzigen Tempo. Wir haben hier hinten noch mal ein Tierchen gehört. Den beim Weglaufen, da ist es auch schon. Das ist... Nein. Da ist die Sicht, der ging in den Nacken und tot. Da hinten läuft noch unsere Zähne rum, und was wir das denn haben, dann sind wir schon zufrieden. Da haben wir noch. Also, manche Pfeile nicht wundern. Manche Pfeile können kaputt gehen. Manche Pfeile... Ja, 10 auch abgearbeitet. Ja, manche Pfeile verschwinden einfach. Also, manche gehen kaputt, manche verschwinden. Findet ihr ja irgendwann im Laufe des Spiels mal wieder, wenn da gerade zufällig alt drückt. Auch ganz wichtig, die Pfeile müsst ihr mit F reinziehen. Wir haben jetzt hier noch 10 Pfeile von 100%. Die anderen müssen wir wieder in den Köcher reinsetzen, wenn wir denn soweit sind. Das ist wieder aufgefüllt. Ich kann jetzt eigentlich schon sagen, wir nehmen die zu. Die packen wir uns wieder auf der 3. Ich weiß nicht, ob man weg war, aber... So, und jetzt gucken wir uns um oder laufen jetzt. Ja, Höhle, wo er ist. Ja, ich bin mir jetzt bloß nicht mal ganz sicher, aber ich glaube, das so sollte die Ecke sein. Wir setzen uns auch auf alle Fälle im Wegpunkt hin. Das ist vereinfacht. Also diese Wegpunkte, ja, muss ich wirklich sagen, die vereinfachten viel, ja. Wo es das noch nicht gab, musste man halt öfter auf die Karte gucken und schauen, läuft man jetzt auch. Geißer. Entschuldigung für das SEH-Wort, aber das ist nicht wirklich. War ich nicht. Aber jetzt haben wir es ja. F. Da sehen wir auch noch die wir haben. Fast auch. Ein jetzt. Also für die Quest, um die zu machen, ja. Also ich habe ja in den beiden noch Filtern, die Sammelt gleich. Hab aber, ja, zwei Jägerinnen drin, wo die auch jeweils 90% Fleisch machen, 10% Fehler. Ja, da hätten wir uns die, glaube ich, auch jetzt noch rausholen können, die wir verbraucht haben. Bei zwei Leuten, so sind die. Aber die haben wir uns schnell selber gesammelt eben. Auch zügig. Weil, einfach schnell, was sind wir es mitten in der Nacht? Arbeiten die ja nicht. Die wollen schweigen erstmal. Das Übrigen, ging der Sommer jetzt auch recht zügig rum, wenn man das so sieht. Also jetzt haben wir schon Vorsprung. So, perfekt. Im Sommer haben wir jetzt nicht wirklich viel Kraft. Also ich lasse mir wirklich gerade extrem viel Zeit. Sonst normalerweise im Sommer, da hatte ich schon den ersten Flax schon abbauen können. Irgendwie finde ich das Spiel zu schön, als einfach nur so durchzuhämmern. Weil es ist ganz schnell, schnell und fertig werden und blablabla und den ganzen viel zu. So, da kommt der erste Bär auf uns auf zu. Die Form abhört. Okay. Okay. so und schon haben wir das erledigt haben jetzt nur soviel in habe reputationspunkt dazu nicht aber doch 16 also da haben wir auch noch mal nämlich sehr gut also das ist so verkehrt wie ihr seht ihr hier ist gut im crafting die huberta da werden wir die auch den drei wie versprochen zeige ich euch natürlich auch die höhle ist auch hier ich zeige euch auch gleich noch die karte mit dazu ja genau an der ecke das wisst und da da nämlich ich bin nämlich immer der meinung muss ich ganz ehrlich sagen sollte das auch versuchen alles selber zu erkunden nicht immer nur google nutzen oder so also ich glaube ich habe hier bei dem spiel ist jetzt erst einmal google gefragt wie komme ich voran wie macht man das und hier und da und das hier sind unsere restliche habe ich mir versucht zu geht halt selber zusammen zu allen und muss sagen dafür also geht das eigentlich ja wir haben hier auch per zufall muss ich mir dazu sagen noch eine höhle gefunden glaube von bei heroica und da müsste das sein da bin ich auch hier hinten lang gelaufen aber hier ist nämlich auch eine höhle und ansonsten ist nämlich da oben auch noch eine höhle ich habe auch mal so zufälligerweise gesehen das ding ist ich habe mir das deswegen ordentlich gemerkt weil ich einfach tat nicht gelaufen bin also nicht so oft hingelaufen der höhle hier war da war ich so oft ja weiß ich das auch ungefähr mal wo die liegen aber bei den anderen war ich so das einzige was halt ist was das war später mal das ist aber erst dann möglich wenn wir genug gebäude haben wir uns bauen können ja da wären wir denn bei der einen bei der oberhalb dieser hier ungefähr wo die ist wenn wir das so machen dass wir uns da ist es die ausgabungsstelle nummer zwei ist noch eine menge arbeit bis dahin auch mal rechtes ausgabungsstelle nummer zwei an diese haus ein normales ressourcenlager und ein lebensmittellager hinstellen ja und zwei leute reinsetzen weil dann können die nämlich direkt von da auch alles abbauen und bauen woanders hingehen zum schlafen ja also das ist schon glaube ich gut durchdachte idee das könnt ihr auch später mit ein holzfällerlager machen menschen frau also man eine frau in eine hütte rein holzfällerlager daneben lebensmittellager und alles und das nicht direkt bei euch am dorf weil das problem ist das am dorf das haut ihr selber auch wenn ihr es manchmal nicht wollt und so und nicht daran denkt ja haut ihr das holz selber auf holzfällerlager braucht halt jede menge holz das ist auch effizient genug arbeiten kann dann haben wir unser holzfällerlager und wenn ich nochmal sage aus ja nämlich da oben hingestellt da knaben das haben wir jetzt eben noch gesagt wir bauen und jetzt eine taverne 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 versuche mal so gut es geht halt auch recht schön mittig zu kommen aus dem grund das wird halt einfach dieser hauptpunkt wo sie meistens alle treffen abend zum feierabend um abzuspannen werden die wohl noch das war hier alles ein bisschen zugegumst leider aber ich sage auch gleich noch was anderes wir bauen ja die meisten häuser werden noch mal neu gebaut ob wir wollen oder nicht sobald wir die nächste erweiterungsstufe davon haben warum wir die einfach weil die meisten sind halt besser wie mit der schmiede zum beispiel wenn ihr die schmiede nummer zwei haben könnt ihr euch schon stahlwerkzeug selber herstellen ja mit stahlwerkzeug könnt ihr sag ich mal besser arbeiten es hält länger durch und alles rum und dann also wirklich ist tausendmal geiler damit arbeiten so das zeug was wir jetzt hier haben das reicht sogar rein theoretisch dafür ansonsten müssten wir noch mal ein bisschen stroh holen das wird nämlich nicht reichen aber das rundholt wenig so geht ja dann war eigentlich schon wieder recht gut vorangekommen wir haben die quest erledigt ich habe euch gezeigt wo die höhle ist eigentlich ist das schon recht die reputationspunkte da könnt ihr auch ganz leicht erhöhen aber auch gleich ein dach und zwar recht viel reputationspunkte sobald ihr es macht ja für die dorfbewohner oder so ein schlug auf geht er nur für die richtung so abgeschlossen die per ab einfaches kleines haus wieso geht er kein weg lang jetzt nicht ist egal jetzt haben wir da weg so wir haben ja gesagt es ist und dann gucken wir jetzt gleich unter management blablabla zwar bei ihr hier sie ist ja recht gut in gräften sie hat ja da nummer zwei und sie kriegt jetzt die taverne als gastwirtin zu ihm so dann gehen wir hier nämlich auch gleich auf taverne und dann sagen wir zu ihr nämlich was sie machen soll und zwar gebrauchenes fleisch bitte haben wir nämlich noch nichts anderes haben kann die nämlich das ganze hier verarbeiten unser fleisch was wir haben mitgebracht haben packen wir nämlich auch den gleich mit dazu auch 76 stück das ist jede menge könnten eigentlich auch rein theoretisch sagen dass wir unser inventar versucht man ein bisschen ordentlich zu halten nehmen wir einfach mal das was wir jetzt hier drinnen haben und brauchen einfach mal das wäre neben dem fehler brauchen wir jetzt nicht dann brauchen wir jetzt brauchen wir brauchen genauso wie stroh und stöcker das andere lassen wir einfach denn da drinnen also was wir auch noch brauchen also nebenbei weil wir kriegen ja mit holz ist scheiße zu kriegen dass wir uns noch mal eine holzfällerhütte bauen die holzfällerhütte dass die gar nicht so in der quere da steht hier reinigen tut er ja sagen wir einfach mal dass wir dennoch hier hinten noch eine holzfällerhütte hinbauen ja das material was wir da haben würde eigentlich dafür reichen ja einfach so wo haben wir jetzt nicht dafür das nehmen wir gleich von unterwegs mit da könnten wir auch rein theoretisch noch sagen erstmal gucken wir mal wo uns jetzt sind erika ist dahinten dann laufen wir auf erika darauf zu sagen ja du hast aber schöne blaue augen darf die mal zum strahlen bringen vielleicht eventuell auf dem weg halt zum dorf hin da kann man da ruhig mal mit ihm ganz kurz quatschen ja und sein dann noch ein bisschen weiter ok passt auch wieder pumper und gleich bald vor oft und zwar zuneigung das heißt ich möchte was sagen sie sagt zu mir ich glaube du solltest dein bad nehmen sag ich zu ihr ey will sie den hammer vor dem kopf haben darauf muss man leider in dem spiel wirklich sehr oft achten muss ich wirklich mit dazu sagen dass man immer schön rauber ist weil sonst reden die leute nicht weil wenn die leute nicht mehr reden kann man weder was verkaufen noch quatschen nehmen ach sowas langweiliges das ist sowas zeitraum ist aber es passiert es passiert deswegen ja weil man nicht immer auf alles achten kann du musst auf essen achten du musst auf trinken achten dennoch darauf achten dass deine leute nicht verhungern dass die immer genug brennholz haben etc pp es ist wirklich sauviel worauf man achten muss dann könnte man mal so das kleine weiße ding ja da seht da 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 warte mal ich versuche mal mit dem finger so da 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 das hier seht ja kann man halt auch mal über das bedeutet halt einfach ihr seid dreckig so dreck ihr ihr seid na also infektion und sowas kriegt ihr nicht davon zum glück aber auch die leute wollen dann auch nicht haben haben wir eigentlich noch etwas für uns das ist ehrlich das ist so finde ich immer nervig jeder wieder wo erika ist erika erika geradeaus zu mit ihr will ich auf alle fälle noch mal reden noch mal versuchen wir wir brauchen ja auch eine frau k die das ist erika die 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 das hast du so gedacht einfach nicht so aber ich bin auch gerade ein bisschen ja nicht abstehen oder weiter so mal gesagt dass die schöne augen ist das gefällt dir natürlich praktisch sehr essen gehen noch mal essen gehen heute wunderschön aus jetzt wissen so in da müssen wir uns jetzt auch merken das ist die frau die wir später heiraten werden ich gucke jetzt auch dass wir noch eine quest eine schöne schnelle machen können die von alvin oder von sonst wem ist eigentlich nicht also die von alvin die quest die gibt erst ab gewissen erfahrungspunkte erfahrungspunkte natürlich nicht reputationspunkte daher noch eine quest kriegen besten bloß hier du brauchst stöcker hier hast du einen kannst dir deine nase bohren ach der ist sogar da vorne mensch nächtliche jagd haben wir auch erledigt das haben wir den bayer ganz ehrlich sagen ja das haben wir ihnen beigemacht aber wenn er einmal da vorne ist dann haben wir vielleicht unsere reputationspunkte auch schon zusammen wäre es war sehr verwunderlich aber wäre schön wenn finden wir noch 30 wird jetzt auch mal ja gucken wenn was wir alles dafür machen müssen ach hat da sitzt da ja so ihre los 16 seien feide reputationspunkte haben wir jetzt auch ein paar so ein winzig schichter was soll ich abliefern mit entfernung also die reputationspunkte die immer mal zusammen zu kriegen da tue ich mich eh immer schwer mit muss ich ganz ehrlich sagen total mensch ähm bei der nächsten war dann 20 und brauchen tu war jetzt noch 15 und dann haben wir das oh sieh hier wenig Soll sie das Nehmen wird Ne doch Ja, also Jetzt laufen wir dann da rüber Die Alvin-Quest haben wir ja gemacht Ihr müsst mal überlegen Das finde ich ein bisschen schade Ihr macht so viel für den Alvin Und als Geschenk Wenn ihr eine gewisse Quest-Folge gemacht habt Von ihm Also ganz ehrlich Das finde ich wahnsinnig Aber So ist es halt leider Wir gehen jetzt hier schön über Wasser Also durchs Wasser Trinken was Auch langsam mal die Zeit in den Augen behalten Bei Lo Wir sind jetzt auch schon wieder bei 27 Minuten Aber Das machen wir noch Dann gucken wir mal Wer sagt denn es sich immer nur 20, 30 Minuten Achso mein Computer Weil sonst kriegt er wiederum Äh, zu viel Arbeit So Der hiervon hat ne Aufgabe War auch mal gleich Nach bei John Was ist Noch im Dach So 10 Nur das die Punkte Es fehlt uns noch 5 333 333 3 Tippen wenn ich kein problem hier also hasen werden schon ein problem zu sehen ja aber hasen sind übrigens hinten gemeint auch mehr oder weniger drauf zu der musik glück neues level in der jagd und das war man nämlich auch gleich ab jetzt ist nicht mehr weil jetzt mal das hier dass wir das hier jetzt alt machen da sind wir nämlich hier überall die tiere aber heute müssen wir leider das arm ist hier trotzdem mag ich nicht auf hasenjagd zu gehen aber wir wollen außerdem bringen die fliegen so gar nichts aber wir wollen das noch bilder es doch mit euch zusammen machen ja auch dieses namen jetzt glaube ich schon bei vier und gleich mal bei jona rhein aber ich kann nämlich gleich mal was wir denn dafür kriegen diese ich glaube nämlich leider nicht hier nachdem wir auch immer so mit dass wir wenigstens haben manche questions unbedingt müsst ihr dann in dieser song machen macht ihr sie nicht oder schafft ihr sie nicht da ist ein bison das wird euch wie ihr schon seht rot an die zeit also das würde euch angreifen wenn es eure witterung hat und den hat und greift euch diese blöde viel erfahren da haben wir ja perfekt weil ich wieder zurücklaufen vielleicht übrigens ja auch wenn es immer sehr doof ist das einmal alles mitzunehmen und blablabla ich mach das hat immer das ist scheißegal und wenn das spiel dann ja 34 stunden gedauert immer mitnehmen das ganze fleisch ich hätte es nämlich auch schon mal so da habe ich das sind einfach gesagt auch wenn ich jetzt so sechs tüten bock drauf das verliegen dann hatten auf einmal meine dorfbewohner hunger musste ich ja weil wenn die dorfbewohner nämlich unzufrieden sei sind ja mit eurer arbeit die ihrem dorf macht um das auch mal zu erwähnen ja den hund verlassen die oder doch hatte der keine mehr ob da keine arbeit da mehr übrigens unser gewinnspiel läuft immer noch wenn mir einer erzählen kann ja woher der satz kommt männchen sind ressourcen er kriegt dann ein giveaway weiß noch nicht was aber er kriegt auf alle fälle was jetzt haben wir ist erledigt wir müssen jetzt hier insgesamt zehn dorfbewohner haben und mindestens fünf arbeiter davon hast du nicht das ist die nächste quest und wir müssten jetzt ein theoretisch im management auf 22 ja also das ist super und jetzt brauchen wir auch die leute jetzt brauchen wir auch die arbeiter das ist nämlich jetzt schön das spielt uns in der karten wir brauchen eh noch mehr arbeiter ja über gewisse machen die behalten die behalten machen müssen ja wir werden uns nämlich versucht als nächstes die gabung schuppen zu erforschen dann schmiede nummer eins ja das ist die weiterentwicklung von der werkstatt dafür müssen wir eh handwerk machen das machen wir auch also mache ich auch gleich ja und für die hierfür müssen wir bäume fällen und alles um die hier zu kriegen ja und gestein abbauen sowas und wir brauchen jetzt die bäume und mass weil wir brauchen ja auch die gebäude und so die für die dorfbewohner das spielt uns echt in der karten macht das spaß ich werde jetzt wieder als vorbereiten für die nächsten also für den nächsten player ich bedanke mich auf alle fälle fürs zuschauen und wie immer erwähnt wenn es euch gefallen hat daumen nach oben wenn es euch nicht gefallen hat daumen nach unten aber mit der kritik dazu schreiben was ich denn verkehrt gemacht habe so dass ich weiß was ich selber verbessern dann bedanke ich mich auf alle fälle ich hoffe euch hat es spaß gemacht noch mal einen guten rutsch wenn das heute noch seht wenn das die nächsten tage erst seht ja dann folgen welchen frohes neues jahr lasst es euch gut gehen lorido